Das geht doch nicht. Wann kommen die Minecraft Maps? Die kann ich wenigstens nicht spüren. Die kommt gar nicht mehr, weil die ist ganz am Anfang gewesen. Dazu müsste ich den Server neu starten. Wer ist da mit dir? Kommt nicht rum, ladet mal die Maps und gut ist. Die Maps-Leute laden. Eros-Leute auch. Ja, das liegt halt dran, wenn du keinen Counter-Strike machst. Hallo, easy. Ja, aber du brauchst hier eine Counter-Strike-Source. Sei Leute, der ist ein Traitor-Shop. Er kennt hier das Sam und Zeiss. Ist ein Traitor-Shop. Ja. Das Stand ist aber gerade so verlächtig. Der Wuss. Ich bin im Garten und bin mal kurz AFK. Ja, also wenn er wollte, könnt ihr mich erschießen. Ich bin eh in das Wind. Darf ich? AFK. Darf ich? Wer hat da geschossen? Ich hab da zwei Britter halt geschossen. Sei Leute, sag's doch. Ist das? Nein, ich hab da zwei Britter halt geschossen, als ich wieder reinkam. Ja, ja, ja. Hallo, Markus. Ja, 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 ja. Wer ist denn grad rumgesprungen? Ja, 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 ja. Egal, ich kann... Malle? Egal, ich kann... Malle? Egal, ich kann... Malle? Malle? Oder Malle? Ne, Malle ist es nicht. Ah, ich weiß nicht. Jetzt hätte ich euch jetzt beide schon längst rück links erschossen. Hm. Naja, man weiß ja nicht. Das kann eine Tarnung sein. Ja, ist klar. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich Tarnung, oder? Hm ik glaub er Wollt man das hier used? Ich sag... Sailot ist es. Ah da ist er. Sailot, bleibt doch stehen! Bei mir ist aberquier... Das war der Tycoon, vor allem. die sich das angehört hat das war sie halt, hollo! Abkommen! Das ist so assig! Guuut! Der Molli, der ist wirklich böse übertrieben, ey! Joa, aber er ist wüsstig! Ich hab' gesagt, easy ist das! Nein, das war gelogen! Ich war's nicht! Das war ein Bug, gell? Ja, das war ein Bug! Auf einmal war ich Traitor, auf einmal so! Das war das, weil ich meinen Traitor-Post abgegeben hab, weil ich total AFK war, gell? Irgendwo höre ich mich doppelt! Ja! Jaaaa! Okay... Oh, ja, geil! Ey, ich bin der Erste! Ich hab' aber meistens einen Score! Äh! Du! Ach, komm mit! Traitor! Bam 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 bam! Ich bin der Traitor! Ich bin der Traitor! Ich bin der Traitor! Mach's doch! Und dann? Wenn ich nicht bin, dann hast du Pech! Wenn ich nicht bin, dann hast du Pech! Wo ist die Munition? Ich hab' nämlich fast keine... Ich hab' die nicht oder was hier? 30 Schuss! Alter! Das ist doch die Anfangsmonie, Alter! Das ist doch die Anfangsmonie, Alter! Hä? Er hilft dir Granaten hier! Du Traitor dahinten! Du! Geh' weg von mir! Traitor! Ich schieße! Traitor! Das ist mein Muni! Das ist mein Muni! Das ist meine Muni! Haha! Geh' weg von mir! Meine Muni! Bin ich tot, bin es ist easy! Wenn ich tot, bin es sei Lord! Wir beide tot sind wie es beide! Oder so! Schieß auf mich! Easy! Schieß auf mich! Easy! Easy! Ich bin's! Dix! Zogger! Ich bin's! Ich dachte, das ist der Detective! Detective wird so eine Dame gehören! Die Munition hier holen! Jetzt kommt die Traitors! Jetzt kommt die Muni! Jetzt kommt die Muni! Wo ist es? Ja genau! Immer i! Ja komm her! Wir spielen ja nicht wie jeder gibt einen jeden einen Schuss! Die sind zu verdächtig, die zwei! Wer zailert uns? Easy! Wow! Malle war's! Nein! Nein! Ich hab hochgeschossen! Aha! Ok! Markus ist sehr verdächtig! Da hat er geschossen! Ich glaub das ist zailert war! Ich hab Malle! Ja! Ich hab Malle! Der verfrögt mich hier! Ich hab Malle getötet! Also ich bin Proven! Markus? Ja! Kannst du mit Markus sein! Ich bin's nicht! Warum verfrögt mich dann die ganze Zeit? Ja! Falls jemand kommt und dich töten will! Ah ja! Okay! Das macht mich äußerst verdächtig! Hätte ich jetzt auch gesagt! Kai ist tot! Kai ist tot! Könnt mich gern testen! Doch! Die zwei schwulen! Ihr könnt erst mal Liebe machen! Ja! Warum ist Borgi angeschlagen? Borgi ist der nächste Traitor! Ich bin vom Malle drauf getroffen worden! Von deinem eigenen? Na! Ich hab ja keinen! Hätte ich jetzt auch! Vom Malle ist einer! Wo? Wie ruft ihn der da? Hey! Markus ist tot! An die Leiche gehen! Konfirmen! Dann E drücken! Oh Gott! Markus ist tot! Markus ist tot! Der hat mich angeschossen! Darf jemand? Darf jemand? Nein! Ich wollte so... Ich dachte... Ich bin's nicht! Ich bin Inno! Markus ist tot! Ich hab Malle getötet! Also... Entweder ist das Markus... Oder Wookie! Einer von beiden! Ihr sagt Markus! Wer dann schießt ihn! Ich bin Proven! Wookie ist es! Wookie! 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 Das ist Wookie! Sag mal, was schreibt, wenn du bei den Leichen bist! Wieso? Damit du mich töten kannst! Ich bin Proven! Ich hab Malle getötet! Ich bin da! Was hast du mit den Gleichen hier gemacht? Ja, was hast du gemacht, Liebe? Der Schleichenschändung hier! Weißt du das? Ich hab... Die hab ich so nebenbei... Beide so gefunden! Die hab ich gerne gehabt! Bis der Molly kam! Du siehst da selber! Malle war Trader! Ich bin das hier! Okay! Hast du ein Radar? Nein! Ah, gute Idee! Dann kauf dir mal ein Radar! Also ist nur noch einer übrig! Und? Hast du noch einen Punkt? Jo! Außer dir noch einen Punkt! Dann nehmen die SW! Das ist eine One-Shot-Waffe! Ich kann nur einen kaufen! Ich hab noch einen Kredit gehabt! Gut! Dann nehmen Radar! Warte! Warte! Malle! Wenn du noch Punkte hatte! Ja! Hat er ja! Gut! Dann holst du den Radar! Und die SW 500! Das ist eine One-Shot-Waffe! Wollen wir nicht um mich setzen! Ich hätte dich die ganze Zeit töten können! Ich bin Pugen! Naja! Passt! 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 Gut! Ach du hast den Goldenen geholt! So! Wo ist der Punkt? Ich habe ihn in 17 Sekunden wieder da in die Richtung! Also hinten links! 1600 Meter! Da oben! Gut an wie vorgehen! Hab das dann! 9, 2, 1! Der Herr Strauß ist jetzt im Wasser! Das war Molly! Ich habe ihn! Ich habe ihn! Jaaaah! Schade! Mensch! Mensch! Schade, schade, schade! Immer die böse Trader! Er geht doch nicht mit, wenn man ruft! Man hat einen Trader getötet! Nein! Nein! Man wird weiter wie schön! Da ist noch Niki auf der Runde! Wer ist jetzt weg? Niki! Jaaaah! Stacht mir schon! Malle, du bist kurz vor dem Blustpunkten! Ja, ja! Kurz davor! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Traitor! Traitor! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Innocent! Und das ist Traitor! Es ist preparing Bei mir ist es pink Warum ist es bei mir pink? Wenn ich jetzt tot bin, ist es Bronco Bronco ist innocent Lecronco Warst schon gar nicht mehr Bronco Stimmt eigentlich, aber ich bin trotzdem innocent, sonst hätte ich dich hier verschossen Lecronco ist es Wo geh, wo geh Wir haben ein Spectator Wo geh, geh weg von mir, ich schieße Ich ziel bis 3 1, 2 2 2 2 3 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 Wer ist LMP? Einmal ein Spectator Das ist viel Ahne Hm Hm Der liegt zusammen Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ahja Wer bist denn du? Wookie Hallo Wookie Hallo Hallo Maler, lebst du noch? Ja Ok Dum 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 und alle so ruhig Traitors sind immer ruhig Wenn ich jetzt tot bin, ist es auch wieder Wookie hier da Ja, wenn man nix sackt und dann sie rumschleicht und totet Wookie Ich hab ihn erwischt Wookie der Böse Lebt der Detektiv noch? Wookie der Böse Lebt der Detektiv noch? Ja Ja, lebt er Wookie der Böse So ne Health Station wär jetzt nicht schlecht Ja, wenn Wenn Habe ich n Punkt jetzt bekommen? Hier hin Wenn du mir den Traitor sagst? Oder ist Ich hab dich halt gecalled Und wenn du hingehst, dann kannst du ihn nochmal konfirmen, dann kriegst du den Punkt normalerweise Kröksche Punkt Kröksche Punkt Kröksche Punkt Kröksche Punkt Der Hooter Auf die Stirn Ist ein Inder Best Inder, Malle Also so ne Health Station wär jetzt echt nicht schlecht Die Frage ist nicht, wie kannst du Traitor ne Health Station hingeben? Also ich hab den Traitor grad erschossen Und die eine davon ist definitiv ein Traitor Gut, ich geh weg In dem Fall ist Ich geh auch weg Easy Easy ist es Ja, genau Ja, wenn er so reagiert, ist das wirklich Ja, ich bin's immer Ja, das sind nur noch wir zwei Da könntest du mir mal was hinpacken? Da kommt schon wieder einer Er verpisst sich Ich bin's immer Kann ich kaufen? Achso, weil ich mein Ding hab Geh erst an den Toten und konfirm mit E Warte kurz Dann kriegst du nochmal weißen Punkt Danke Danke Da ist irgendwie Nein, warte am Boah, das ging ja Boah, das war jetzt echt knapp, hey Also der Der Shotgunschuss war echt noch gut gesetzt, hey Ich hab's nur noch Juhlululul, ich hab scheiß drauf Feuer auf Äh Kann ich, meck ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk